Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir basteln mit dem Science Slam, diesmal für unseren Spezial-Slam im Mensagarten am 19. Juli mit einer speziellen Kollaboration mit den Freiburg Exzellenzeinrichtungen. Und für einen exzellenten und besonderen Slam brauchen wir natürlich auch ganz besondere Plakate. Und wer uns kennt, weiß, wir sind ja unheimlich kreativ und diesmal arbeiten wir mit Kunstrasen und Plastik. In dieses Plastik ritten wir unser Logo ein. Die Buchstaben haben wir einmal in gelb und roh und auf dem Tisch in weiß und klein. Und es geht dann ganz einfach, man nehme einen scharfen Cutter und schneide die Buchstaben aus, ohne sich selbst zu verletzen. Das funktioniert mit den anderen Buchstaben genauso. Und dann haben wir das fertige, eingeritzte Logo und da sich das natürlich nicht so einfach rausbrechen lässt, nimmt man diese wunderbare, handliche, kleine, deswegen hervorragend benutzende Küchenschere und schneidet die restlichen Buchstaben einfach aus. So, und dann haben wir natürlich schon weiter vorbereitet, da auf dem Boden liegen, in allen Größen und Formen, die Buchstaben, die wir dann auf unser schönes gelbes Plakat kleben. Das geht ganz einfach mit Holzleim. Holzleim nehmen. Auf die Buchstaben drauf. So, und dann auf dem Plakat drücken. Wir sehen uns alle zusammen am 19. Juli beim Science Flame in der Mensa Bar. Nein, gar nicht vor allem im Mensa Karsten.